Ich hätte jetzt eigentlich Fachhochschule, aber sie haben uns früher heimgeschickt und dann haben wir gedacht, ich schnapp mal jemanden und geh her und ja, muss man ausnutzen natürlich. Welches Ergebnis tippst du? Ja, natürlich Sieg für Österreich, ganz klar. Wie ist egal, Hauptsache ein Tor mehr als die anderen. Wartest du dir da? Ein ganz normales, brüderländschaftliches Spiel halt, weil es geht hier ja um nichts und keiner verletzt sich hier und es geht hier nur eigentlich um den Sport, Fußball. Und welches Ergebnis tippst du? Ja, ich schätze, dass es ein ganz normales Unentschieden wird. 1-1, 2-2 wird drin sein. Danke. Gute Stimmung und dass es nicht zu kalt wird. Ergebnis? 2-3. Ich hoffe auf ein gutes Spiel und ich bin heute da wegen einem neuen Trainer, um den einmal anzuschauen, welche Aufstellung der macht und ja. Und ich bin ein großer Anatovic-Fan, wegen dem natürlich auch. Ergebnis? 1-1. Bitte.